Mein Name ist Reinhard aus Steyr. Ich bin seit Dezember 2022 dabei. Das Beste ist eigentlich der abwechslungsreicher Ortstag, wie es bei uns im Shop in Steyr ist natürlich die Kollegen. Nummer eins, wir stehen da noch sehr gut und das zählt natürlich, wenn du an der Frau aufstehst, dann gehst du gerne in die Arbeit. Sicher gibt es Stammkunden und Lieblingskunden, klar. Der ist da von Anfang an sympathisch und das passt einfach wie es. Hey, Markus, wo du arbeiten willst? Ja. Grüß euch. Ich bin der Martitsch Marco. Ich war bei der Firma OBEXA und bin schon seit eigentlich gefühlt, seitdem ich auf der Posto bin, wie ein Kunde. Was magst du? Einen Cappuccino nochmal. Du bist wieder mit dem Steyr oder bist du mal gelogen? Nein, ich mag nicht. Passt du oder nicht? Ein wenig. Geht, geht's eh gut? Ja, geht's super, super. Sehr gut. Alles, alles geht los. Ich passt. Ja, Bohrer. Das ist schon Thema. Was passt du nicht für einen Bohrer, was gehört, dass du brauchst? Einen Kronenbohrer brauch ich. Einen Superkleber, wirklich. Ich brauch wirklich einen Superkleber. Ja, passt. Heißt, Markus, schau mal. Heißt? Du brauchst doch nicht deinen Superkleber? Ja. Ein normaler Superkleber. Heißt. Ja, genau. Genau den. Seht ihr ein Topseller gerade. Genau. Schön her, mein. Du hab eigentlich dieses da. Ja, ist schon gut. 280. Was du jetzt natürlich noch brauchst, ist der... Der Topseller, was du da rein schaffst. Einen Topseller? Hast du aber noch nicht, gell? Achso, nein, hab ich nichts. Nein, nein. So, ich schlafe einfach raus. Genau, schlafe ich auf. Super, genau das brauche ich. Mit der Marke Würth verbinde ich qualitatives Werkzeug und mit der bin ich sehr zufrieden. Ich bin der Hofing Alfred und arbeite seit 2007 beim Wirt. Ich war drei Jahre vorher im Ausdienst und seit 2010 bei Ihnen im Shop. Meistens sind um sieben Uhr eh schon die ersten Konten da und dann starten wir gleich mal richtig aktiviert in den Tag. Und nun zum großen Artikelnummerquiz mit Alfred. Oh, das ist aber gemein. Relativ ein neues Sortiment. 06 94 456 003. Kabeltrommel 07 74 252 007 74 140 315. Das war die richtige gewesen. Also, das ist relativ einfach. 59 06 210 56. Hallo, servus. Hallo, servus. Du hättest einen Fallschutz mit. Könntest du mir den überprüfen, bitte? Ja, gerne. Schauen wir mal rein. Ja, hallo. Ich bin der Sebastian. Ich bin seit 1. November 2021 proviert. Der typische Arbeitsalltag ist natürlich die Ware verräumen, Kunden betreuen und untereinander immer für ein Späßchen zu haben. Wenn ich immer was dringend drauf geschwindle, hat es der Wütsteuer meistens immer. Okay, die Oberfläche bezüpflegt. Ja, ich bin der Eindruck. Späß. Du bist so schön, es ist alles ein. Und dein Take. Bis zum nächsten Mal.